Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, was geschieht hier gerade? Das Wetter bessert sich so, dass man mal wieder auf der Terrasse sitzen kann und da sind wir gerade beim Aufbauen. Nicht wirklich, es ist gerade ein bisschen warm, ja. Heute Morgen, wo ich zur Arbeit gefahren bin, so um kurz nach fünf, habe ich echt schon einen Vogel gehört, so einen Vogelzwitscher, von einem Vogel, den man sonst nur im Frühling und Sommer hört. Und da habe ich gedacht, weil jetzt Sonne ein bisschen scheint, wir noch ein bisschen Zeit haben. Wie in etwa hat sich denn der Vogel angehört? Soll ich jetzt ein Vogel nachmachen oder was? Kann ich nicht, tut mir leid. Das kann ich nicht. Okay, schade. Ich kann zwar vieles, aber auch ich habe meine Grenzen. Naja, jetzt geht es erstmal los mit dem Vlog. So, das hier ist der Dreck des Winters. Und jetzt kommt Frühling. So, jetzt bauen wir jetzt die Terrassemöbel auf, obwohl ich natürlich weiß, es kann auch wieder kalt werden, ist mir schon klar. Aber machen wir einfach jetzt. Da ist er wieder. Der gute alte Tisch. Und was haben wir hier für eine Stelle am Tisch zu beklagen? Das war wohl unser Feuerwerksversuch vom letzten Jahr. Ein bisschen durchgeschlagen, das Ganze. Aber gut. Hat ja immer ein bisschen Schwand, ne? Es geht wieder aufwärts. Allerdings gibt es auch für uns schlechte Nachrichten so ein bisschen. Wir haben nämlich gerade erfahren, dass wir in die USA verreisen demnächst in wenigen Tagen oder in ungefähr einem Monat. Und dass der Rückflug sich ein bisschen verlängern wird, da wir nun leider auch nicht nur auf dem Hinflug fünf Stunden Aufenthalt in Frankfurt haben werden, sondern leider auch auf dem Rückflug. Und das nach so einem Tag dann, wenn man ja in Orlando losfliegt, dann ist es da schon 19.50 Uhr. Also haben wir schon den ganzen Tag auf dem Buckel. Dann haben wir neun Stunden Flug, fünf Stunden Aufenthalt, dann wieder eine Stunde Flug. Aber es ist immer noch kürzer insgesamt gesehen als damals unser Rückflug oder der Hinflug von Bremen nach L.A. Also von daher schaffen wir auch das. Aber erstmal haben wir jetzt was Cooles vor uns hier. Frühling. So, Prost. Herrlich. Ehrlich wieder an der frischen Luft sitzen, ja. Ja, ganz schön, dass das Wetter mal wieder so ist. Das hatte ich auch in den letzten Tagen. Diese Luft, die man geatmet hat auf dem Schulweg und auf dem Rückweg, hat sich manchmal sogar sehr sommerlich so angefühlt. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber ich glaube, jeder kennt es. Und ja, toll, dass man endlich wieder aus der Terrasse sitzen kann. Und dann vor ein paar Wochen war es noch zu kalt. Da musste man hier eine Winterjacke anziehen, um kurz auf die Terrasse zu gehen. Es ist ganz selten, dass wir in der Woche was filmen. Also normal machen wir unsere Wirks aber nur am Wochenende. Aber heute war es mal so spontan und richtig toll. Wir hören ja gerade hier Musik. Wir sind jetzt hier, genießen die neu aufgebaute Terrasse. Endlich ist sie wieder da. Und wir hören ja Musik von der, ja, von dem Musiker Orbit. Den haben wir mal in Bremen im letzten Jahr hier auf dem Marktplatz gesehen. Das war umsonst das Konzert. Total super. Und die Musik ist für mich Erinnerung pur an die letzte USA-Reise, die wir gemacht haben. Den haben wir es immer gehört. Hey, Johnny? Ich habe da jetzt keine Zeit für. Ich, ähm, Interviews gibt es nur am Wochenende, wie gesagt. Spaß. Nee. Also da kommt bei mir sehr viel Amerika-Feeling hoch, weil wir haben halt das, ein Album immer gehört. Und das war immer, als wir so auf so langen Straßen waren, wo die Landschaft links und rechts schön war. Also da haben Autofahrten sehr viel Spaß gemacht. Also wo ich bei genau diesem Lied, was gerade läuft, immer denken muss, ist so links und rechts rote Berge. Und das ist, das haben wir Dauerschleife gehört. Also gute Musik und gutes Feeling. Hi. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Mit neu auf Gesur. Ja. Extra für euch. Nein, nur für mich. Was steht an? Was soll ich sagen? Was du möchtest. Du darfst jetzt einmal sagen, was du möchtest. Ja. Ich komme von der Arbeit. Habe sogar noch länger gemacht. Habe eingekauft. Bin noch woanders langgegangen für John. Komme jetzt nach Hause und was machen die Herrschaften? Faulenzen. Du kommst, du hast länger gemacht? Ja. Als du müsstest? Ja. Wie spät haben wir es jetzt denn? Irgendwann ab. Jetzt ist es viertel nach drei. Das ist schon bedenklich, wenn man erst um acht Uhr zur Arbeit kommt. Später werde ich euch dann noch das Essen credenzen. Also, ne? Sagt ihr mir nicht, ihr habt ein schweres Leben, Jungs. Na Simone, wie gefällt dir unsere Idee, die Terrasse wieder zu eröffnen? Ja, ich habe es gerade ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe nämlich meine Osterglocken hier erstmal draußen mit hingestellt. Ja. Macht ja schon was aus und das Vogelbezwitscher. Einfach nur herrlich. Und zum Feierabend gibt es für mich einen Stephansbräu Radler. Naturtrüb. Osterglocken? Funktionieren gar nicht. Die sind kaputt. Tausch um. Oh. Was liegt an? Darauf warten, dass Simone endlich das Bad freimacht. Und dann? Dann gehe ich ins Bad. Und währenddessen gucke ich gerade, ich bin wieder so richtig im Batman-Fieber. Ich habe in den letzten paar Tagen wieder ein paar von meinen, ich habe ja so ganz viele Comics von Batman, ein paar Batman-Comics gelesen und möchte jetzt etwas genauer über einige Dinge erfahren, die in diesem Buch hier geschrieben sind. Und das Buch habe ich zu Weihnachten bekommen. Und wie man daran sieht, dass wir jetzt unterwegs sind, ist das Bad noch frei geworden. Und anders als an dem Tag, wo wir die Terrassenmöbel aufgebaut haben, ist das Wetter jetzt gerade sehr kühl. Also alleine, wer unsere Videos kennt, der weiß, wir haben gar nicht so einen langen Weg bis zur Schlachte, wo wir jetzt gerade sind. Und hier vom Unterkiefer ist schon alles durch die Kälte. Ich merke meine Knochen hier schon richtig. Ja, der Winter ist echt zurückgekehrt, hätte ich das gedacht. Aber gut, es ist ein bisschen sonnig gerade zum Glück. Die Augen drehen sogar schon vom ganzen Wind her. Okay, Sonne ist wirklich, der Himmel ist auch relativ blau, da hinten ein paar Wolken, aber die Kälte, die kann man nicht sehen, aber merkt man. Wir haben ja dicke Jacken an zum Glück, also es geht schon, aber ich habe jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt, draußen lange rumzulaufen. Wir hoffen mal, dass wir immer noch einen Platz kriegen jetzt, obwohl heute natürlich Fußball auch ist. Fußball, Werder Bremen spielt. Wir sind ein bisschen spät dran natürlich wieder schon. Mal gucken, was sich ergibt. So, da sind wir auch schon an einem warmen Ort. Wir haben was gefunden, ein schönes Fass hier beim Palas an der Schlachte. Ist ja nicht mehr so lange, wo es die Fässer gibt, nochmal einmal ausnutzen. Ja, und die Heizung hier läuft, wie man hört, vielleicht auf vollen Touren, bis wir erstmal, wie ich gelesen habe, gerade 23 Grad erreicht haben werden. Dann wird es ein bisschen leiser vielleicht. Was gibt es denn für einen jetzt hier für den Durst? Ja, kühle Getränke beim kühlen Wetter. Bei mir gibt es einen Vita-Mals. Bei mir gibt es heute mal eine Mars und Stefan hat sich angeschlossen. Prost, Wochenende. Ja, ich kann mich auch mal ohne Geräte beschäftigen. Ich habe nämlich jetzt, wo wir hier eh unter uns in diesem Fass hier sind, ein Buch mitgenommen, ein Comic. Warte, ich suche mal eine Seite raus, dass man das ungefähr mal so sehen kann. Hier ist auch viel Dynamisches drin. Ich lese gerade von Batman, die Graphic Novel Collection. Davon habe ich ganz viele Bücher, die habe ich auch schon alle gelesen. Also ich spoilere mich jetzt nicht damit, dass ich das hier öffne. Ich lese das jetzt, glaube ich, schon alles zum dritten oder vierten Mal. Und ja, momentan geht es darum, dass der Riddler Gotham übernommen hat und Batman das zurückerobern muss. Genau, und mit ohne Geräte beschäftigen, heißt ohne Smartphone. Habe ich natürlich hier, wir haben gerade mal eben geguckt, die Bierpreise hier in Bremen sind nämlich in die Höhe gestellt, hier beim Paulanas zumindest. Die hatten vorher schon die Höchstpreise hier von 5,70 Euro für einen halben Liter. Jetzt sind wir jetzt schon bei 5,90 Euro, wie man so liest. Die Maß kostet 10,50 Euro statt 10 Euro. Das ist dann noch einigermaßen erträglich. Aber na ja, ich als Biertrinker, der echt Bier sehr gerne trinkt und ich liebe einfach Bier. Nicht nur beruflich. Ich bin natürlich froh, dass wir, wenn wir mal Bier trinken wollen, das auch zu Hause machen können und nicht so tief in die Tasche greifen müssen. Nicht wahr? So sieht es aus. Was man oft so hinter den Kulissen nicht mitbekommt, sind Sachen wie, was Stefan jetzt für Probleme hat mit dieser neuen GoPro. Die Handhabung ist nicht immer so einfach, beziehungsweise reagiert sie irgendwie nicht. Also die Knöpfe irgendwie reagieren nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so überzeugt bin von der Kamera. Geht gar nicht aus, die Kamera. Wir sind jetzt schon wieder raus. Warte, warte, dann kann ich auf die Zeit gucken. Was machst du denn, Stefan? Wir üben damit ja noch. Eben war das Problem, dass sie nicht mehr ausging. Aber ich habe hier ausgestiegen, die Kamera schon wieder. Eigentlich wäre ich hier wahnsinnig. Ich habe den Akku jetzt einmal rausgenommen. Keine Ahnung. Also eigentlich bin ich damit zufrieden, muss ich mal sagen. Vor allen Dingen, naja, finde ich das ganz gut mit diesem Stativ, wo ja ein Akku drin ist. Allerdings, ja, muss ich mich damit noch üben. Also wir haben damit jetzt zum dritten Mal, glaube ich, gefilmt. Und ja, das ist eine Kamera, die man für unterwegs nehmen kann. Und dafür habe ich sie auch gekauft. Aber wir sind doch jetzt unterwegs. Das müsste doch funktionieren. Ja, es ging ja nur daneben nicht aus. Es ist ja kein Beinbruch. Genau. Und für mich wäre das ein Beinbruch. Also ich hätte dann schon Schnauze voll und keinen Bock mehr auf dieses Gerät. Ich bin froh, dass ich das Gerät habe, was John in der Hand hält, nämlich die Sony. Damit kann ich besser umgehen. Und zur Not habe ich ja mein Handy noch für Aufnahmen. Also die tue ich mir gar nicht erst an die GoPro. Die Datei wird repariert. Das ist jetzt natürlich klar. Jetzt ist sie wieder bereit. Also sollte was geworden sein, was wir eben gefilmt haben. Guck mal eben einmal kurz nach. Wie geht das überhaupt? Ja, ich muss das mal erst mal üben. Ach da. Läuft. Hat geklappt. Naja. Und neben dem ganzen Problem gibt es auch was Gutes zu vermelden. Zu unserer bevorstehenden USA-Reise. Die geht es ja wirklich immer näher rückt. Der Mietwagen. Den haben wir über den ADAC gebucht. Wurde heute auch abgebucht, das Geld. Und auch schon gleich der Gutschein für den Mietwagen wird hergeschickt. Also das ist auch schon mal alles in sicheren Tüchern, sag ich mal. Wie heißt das? In trockenen Tüchern. Und was ist noch? Ja, die Flugzeitänderungen sind natürlich wirklich ärgerlich. Aber na gut, da können wir jetzt nichts dran ändern mehr. Ja, wenn man eine Reise macht, kann man was erleben. Und so erleben wir dann fast zehn Stunden Frankfurt insgesamt. Hin- und Rückreise. Wollte aber schon mal hin, hast du gesagt, ne? Ne, ich wollte mich mal gerne noch angucken, wenn ich da bin. Also ich musste, was für Hamburg. Frankfurt muss ich jetzt nicht sehen, aber so wie ich die Skyline kenne, ist das schon sehr interessant, finde ich, mit diesen ganzen hohen Gebäuden. Also kommt irgendwie ein bisschen von der Skyline ein bisschen an L.A. ran, oder? Ich muss dich aber enttäuschen, du wirst die Skyline wohl nicht sehen. Ach, scheiße. Wir sind ja auf dem Flughafen immerhin. Und naja, so, Prost. Wenn es hier um Fußball geht, sind wir hier im totalen Feindgebiet gerade. Hier ist alles voll mit Bochum-Fan, Johnny. Hast du schon gemerkt? Ja, aber ich habe, also, ich beteilige mich nur später an der Schlägerei. Das war Spaß, Leute, nicht, dass ihr das wieder falsch versteht. Und was soll ich sagen, mögen wir nachher der Bessere gewinnen und dass das Spiel auch hier mit einer fairen Schiedsrichterentscheidung endet und dass es nicht so viel Trouble gibt. Sonst ist mir das eigentlich egal. Ich höre gerade, die Heizung ist aus zum ersten Mal. Wir haben es erreicht, dreist, was ich gerade hier drin. Aber draußen halten wir auch alle ganz gut durch, muss ich mal sagen. Also der Wind ist ja auch ein bisschen weg jetzt hier. Eben als wir hier angekommen sind, war noch starker Gegenwind. Und muss ein bisschen leise sein. Warum denn? Nein, du kannst doch lauter reden, aber... John, der liest hier. Ich höre jetzt auf, keinen Bock mehr. So, vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Passt zum Wetter. Bei mir gibt es Grünkohl und ich liebe es wirklich über alles. Vor allen Dingen hier kann man sich aussuchen, was man haben will. Ich habe nur Kochwurst genommen und Pinkel und Grünkohl und Kartoffeln. Und Johnny liebt ja was anderes. Bei mir gibt es einen Schweineschnitzel und dazu gibt es Pommes. Und ich muss sagen, die Pommes hier ist mit einer der besten Pommes, die man hier in Deutschland kriegen kann. Ich habe den klassischen Grünkohl mit den klassischen Beilagen natürlich. Pinkel, Kochwurst, Bauchspeck, suche ich mir immer das Beste raus und Kassler. Und was ich noch mal sagen muss, es mögen uns viele vorwerfen, dass wir immer in den gleichen Restaurants sind. Das stimmt natürlich. Aber... Wir haben halt die für uns besten Lokale gefunden. Genau, da wissen wir, was wir bekommen, was uns schmeckt. Und ja, also wir gehen nicht so gerne in Abenteuer ein, so würde ich das denken. Und man ist mit den Bedienungen immer nett im Schnack. Die kennen uns ja mittlerweile auch. Und das finde ich immer so toll daran, wenn man öfter in den gleichen Lokalen ist. Jetzt gehen wir erstmal in die Kälte, in die Sonne vielleicht sogar. Und das wäre dann dieses Jahr für uns das erste Bier im Biergarten. Und das im Februar. Wo gehen wir hin? Hier. Hier schon. Wieder kalte Arsch hier. Ja, ich werde die beiden jetzt aber verlassen. Nicht, weil ich kein Getränk habe, sondern weil ich noch was kaufen muss. Was treibt sich auf kaufen? Saufen. Das hören wir gerade hier. So, Prost. Von dem Bochumer, nee, Werder, Werder Bremen, oder? Werder-Fan. Das sind Bochumer, die das nicht sieht, oder? Aber die singen auf Werder Bremen, höre ich so aus. Die haben blaue Schals um, Mann. Ja, aber die singen auf Werder Bremen, so. Was? Habe ich nie gehört, ne? Ja, ja, ja. Ja, was ich kaufen werde, werde ich jetzt hier mal schildern. Wer uns schon länger kennt, kennt wahrscheinlich das Video, wo wir mal so scharfe Nudeln probiert haben. Und, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich da noch war. Vielleicht war ich noch in der Grundschule, keine Ahnung. Ähm, und das war mir da zu scharf. Sowas wollte ich jetzt auch mal wieder neu ausprobieren. Und, äh, wir haben jetzt so ein, das war ja so, das waren ja irgendwie asiatische Nudeln. Und, äh, wir haben jetzt, äh, hier in Bremen, in der Lloyd-Passage nennt sich das, haben wir jetzt so einen neuen Asi-, Asi-, Asi-Supermarkt, oder ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall habe ich dort ein bisschen rumgeguckt und, ähm, ich habe ungefähr das gleiche gefunden, nur mit, äh, Chicken Wings oder Chicken Nuggets. Und, ähm, ja, die wollte ich mal mit Stefan und Simone zum probieren. Und, äh, ja, ich würde mal sagen, besorge ich das Ganze mal, um einen damals verlorenen Ruf wiederherzustellen. Geht ein. Wir sind natürlich schon richtige Männer und deswegen nehmen wir extra scharf. Wenn sich schon die ganze Spucke im Mund sammelt, dann weiß man, dass das scharf ist. Nee. Ich habe es nur im Mund, ich habe es noch nicht im Rasen. Ja, sehr schön, sehr schön. Läuft doch, geht doch bei Werder. Naja, wir schauen eigentlich, äh, ganz, ganz selten noch Fußball. Ähm, wenn wir Fußball schauen, dann ist es eigentlich, äh, Werder Bremen. Und heute, ehrlich gesagt, auch nur, weil an der Schlacht ja schon so viel Stimmung war und wir natürlich gespannt sind, wie das Ganze ausgeht. Ich habe also wirklich nebenbei, äh, hier schon so ein bisschen was, ähm, fürs Video geschnitten. Natürlich das Spiel nebenbei verfolgt. Und bin auch froh, wenn's, äh, so gut ausgeht für, für Bremen. 3-0 ist, glaube ich, gerade zu Ende das Ganze. Jawohl. Mal sehen, was der Experte dazu sagt. Also der Experte sagt, es war heute keine Zeitverschwendung, das Spiel anzugucken. Hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht. So, jetzt kommt was, wo ich noch gar nicht weiß, was jetzt kommt. Auf jeden Fall kümmert sich schon irgendwie ums Abendessen, habe ich gehört. Hm, falsch gehört. Simone kümmert sich drum, aber ich habe halt eine Idee, was wir machen können. Haben wir auch schon mal so ähnlich gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Du musst jetzt uns filmen, Stefan, weil wir sollen ja ein blödes Gesicht gleich machen, glaube ich. Ein blödes Gesicht? Simone? Oh, nein! Oh, du bist ja wohl. Oh, die scharfen Nudeln. Geht das schon wieder. Aber mit? Mit? Mit was? Ja, mit schön scharf, oder was? Nee, mit, guck doch mal was. Oder mal lesen. Hot Chicken Flavor Rahm. Was soll ich denn da jetzt lesen? Ja, da, 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 das ist schicken. Schicken, was war es denn vorher? Ich habe keine Ahnung. Es waren einfach nur scharfe Nudeln. Achso, mit schön. Und das ist so lange her, dass ich mich damit gar nicht messen konnte. Jetzt erholen wir das. Aber jetzt bist du ein bisschen der Herausforderer, oder was? Okay. Wie, wie meinst du das jetzt? Wir essen das alle. Genau, aber... Ich bin gespannt, wer hier den Schärfetest besteht. Ich glaube ich nicht, aber gut. Ich muss das jetzt fotografieren mit dem Handy und dann größer ziehen. Ich kann das nicht lesen. Kannst du das lesen? Das da? Steht es auf Deutsch. Da. Die Nudeln in 600ml kochendes Wasser hinzufügen und 5 Minuten lang kochen lassen. Zweitens, bitte lassen Sie 8 Esslöffel Wasser übrig. Drittens, die Soße hinzufügen und 30 Sekunden lang unterrühren braten. Viertens, die Flocken hinzufügen, gut umrühren und servieren. Gut, also... Also, es ist nicht die kleine Schrift, sondern die alte Dame. Immerhin da, ne. Immerhin da, ne. Seh mich zurück. Und du kannst chinesisch? Oh, zwischendurch viele Grüße aus dem Heidepark. Von vor ein paar Jahren. Hurra, hurra, es schneit. Alexa, Timer auf 5 Minuten. Wollen wir mal sehen, was John uns hier für eine Suppe eingebrockt hat, die wir auslöffeln dürfen. Also, es riecht jetzt schon höllisch scharf hier von den Dämpfen. Ach, das bin ich. Ich bin gest... Du bist... Oder du bist scharf. Also, ne. Also, ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ich habe zwar Appetit gehabt und habe mich auch gefreut, weil so schlecht schmeckt das immer gar nicht, aber diese Schärfe jetzt gerade, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Also, ich muss mal sagen, ich esse gerne mal scharf, aber wenn das übertrieben scharf ist, dann mag ich es nämlich nicht mehr. Und ich befürchte mal, der zweite Fall, dass es also übertrieben scharf sein wird, dann trifft das heute mal zu. Ähm, ich kann dazu übrigens etwas empfehlen. Also, was ist denn jetzt passiert? Der Dampf reagiert auf unsere Lampe, denn unsere Lampe ist so, dass wir unsere Hand dahin halten müssen, um das zu regulieren. Also, den Eistee hier von Pfanna mit Erdbeergeschmack, den kann ich echt nur empfehlen. Ich trinke ihn schon seit Tagen. Haben uns richtig viel von gekauft. Also, der schmeckt wirklich genial, kann ich so sagen. Pfirsich kenne ich davon sehr gut, ist auch echt geil. Erdbeer ist besser. So, ich denke mal, dass das Ganze noch sehr heiß ist. Ich werde es trotzdem jetzt essen. Äh, erstmal gucken, wie man es macht. Ich habe lange Nudeln gegessen, weil ich eigentlich gar nicht so ein Nudelfreund bin. Ähm, melde dich, wenn du fertig bist. Okay, ich zeige euch so lange, wie es geht. Man nimmt sich ein bisschen auf die Gabel, ein bisschen, und dreht das dann auf dem Löffel. Mein Magenknot schon. Der weiß gar nicht, was ihn erwartet gleich. Der kommt gleich zum Einsatz. So, ich bin jetzt die Erste, die probiert. Oh! Geht schon los, und ich habe extra Tuch mit dazu getan. Junge! Das heißt? Ja. Aber geht, dann ist es ziemlich so viel. Hä, wie? Ich muss, warte, so. Ich pickele das jetzt einfach rum, lass es auch in den Mund posten. Klingt schon stumm auf. Ja, es ist scharf. Es ist scharf. Ich kriege... Aber ich habe noch keine Tränen in den Augen. Und ich möchte jetzt sehen, wie Stefan darauf reagiert. Das ist unnormal. Das ist auch schon nicht mehr lecker, oder? Ich schon. Also, die Pfanne kriegen wir damit nicht alle. Kein Schluck auf. Noch nicht, aber die Nase läuft schon. Das ist noch ein Weineressen. Was filmst du mich denn, Ganze? Was ist denn los? Ohne Pause? Du bist ja echt tapfer. Muss ich auch mal sagen. Es vergeht ein bisschen wieder, wenn man eine längere Pause macht, aber trotzdem muss ich jetzt mein Eis hier trinken. Wir müssen ganz klar feststellen, dass John auf jeden Fall heute hier gewonnen hat. Also, der hat ja echt doppelt die Menge gegessen von den Nudeln als ich. Ja, warum sitze ich hier an der fremden Playstation von meinem Vater? Ja, der Stefan braucht Hilfe, weil er nicht weiterkommt, hier irgendwelche Wellen abzuschließen. Da bin ich natürlich so freundlich und eile zur Hilfe und muss hier irgendwelche Trolle, Goblins, äh, Kobolde, Entschuldigung, und Menschen besiegen. Und jetzt wurde ich gerade abgelenkt. Super. So, kehren wir zurück an den Ort, wo dieses Video angefangen hat. Damals, vor wenigen Tagen, war noch Frühling. Jetzt sehen wir ja, was ist. Ich würde mal sagen, Pech gehabt und zu früh gefreut. Aber, ich wollte euch an dieser Stelle nochmal ein Produkt empfehlen. Es ist zwar, wie man jetzt oben in der Bildschirmecke sieht, Werbung, aber ich kann sagen, dass ich da wirklich hinter stehe, zu 100%. Es geht um diesen Holy Energy Drink, den wir uns jetzt mal angemischt haben. Und seitdem wir das kennen, haben wir immer einen Vorrat zu Hause und wir können uns das jederzeit anmixen. Das Anmixen ist ganz einfach. Alles, was man dafür benötigt, ist eine Flasche, Holy, Eiswürfel und Wasser. Und wenn euch das ebenfalls interessiert, könnt ihr bei uns in der Videobeschreibung einen Link finden. Und wir haben auch zwei Codes, womit ihr Geld sparen könnt. Und das Gute daran ist, das Ganze ist ohne Taurin. Alles, was da dran wirkt, ist das Koffein. Und ich muss sagen, dann finde ich es auch mal gut. Dann trinke ich auch mal öfters einen Energy, weil es halt dadurch gesünder ist als bei anderen. Also kann man sich das dann auch mal ein paar Mal öfters erlauben. Und was man jetzt denkt, weil man das Ganze mit Pulver mischt, habe ich, bevor ich das getrunken habe, auch so gedacht, dass der Geschmack nicht so intensiv ist. Aber er ist genauso intensiv wie Energy aus der Dose. Also schmeckt super. Das Einzige, was ein bisschen ungewohnt war, anfänglich, war, dass hier keine Kohlensäure drin ist. Es ist ja mit Wasser angesetzt. Dafür aber Kalorien reduziert. Also da kann man das mit gutem Gewissen trinken, muss ich mal sagen. Und ich würde sagen, das schmeckt. Ich liebe ja Erdbeergeschmack bei Getränken, muss ich sagen. Wirklich lecker. Ja, und bevor wir uns wieder den Arsch abfrieren, würde ich sagen, verabschieden wir uns mal langsam. Das macht Johnny. Ja, wenn euch das Video befallen hat, könnt ihr es gerne liken, uns abonnieren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder rein in die warme Bude und Simone kann hier draußen den Abspann in der Kälte weiterfilmen. Oh! Ah, was ist das, B? Just drive. Ah, wir sind jetzt wieder rein. How you going? Now my love for you is so strong, girl But I can be used to be the way Untertitelung des ZDF, 2020